Guck mal, ich mach mir hier so eine Setliste, damit wir dann auch genau wissen, was wir... Weil wir jetzt immer so ein bisschen ausprobieren und dann fällt auch wieder was weg. Zum Beispiel Desfinado oder so, das ist der Schock mal nicht. Machen wir noch einen Sunshine und dann nachher machen wir mit dem Singen, ja? Ja, okay, einen Sunshine. Die Pia, ne? Ja. Komm. Nur A-moll. Komm, komm, komm. Ba-da-da-da. Musik 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 Das war's für heute. Da war die Einsatzebene, oder? Zweimal? Ja. Das machen wir, das machen wir die Kreisende, und dann nachher, und dann wieder von anderen und dann wieder von uns anscheinen, und dann wieder von uns anscheinen, ne? Okay. Ja. Nein, nein. So. Nein, so war es gewesen. Okay. Und dann? Ein. Ich mache. Mach du mal. Ja, mach du mal. Ein, zwei, drei, vier. Bo Mal. Hau. Ja, mach du mal. Musik 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 die 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 ja bisschen mehr zumachen Uwe, du musst die Gefühle auch mal zulassen wenn du ausklappst so mach ich mir ähh Puerto Kalifornien haben wir oder? ja ist das unvermeidlich jetzt ich versuch's nur singen nicht das jetzt das hab ich jetzt gerade nicht hier in Puerto Kalifornien das war eine Orgel glaube ich ja ja haben wir gemacht zusammen hab ich jetzt hier gerade nicht gehört du weißt das mit ohne weißt du ein bisschen so ja ich aber du musst jetzt so das 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 jetzt jetzt okay emo das was das 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 ist Der Orgel, der Orgel ist gut, warte mal, der erste, erste Orgel ist, ja, aber weißt du was, wenn wir nicht machen, jetzt muss ich machen, jetzt muss ich machen, jetzt muss ich machen, ohne Orgel, ohne Geist. Und wenn ich anfange mit so und mache so da, tam, 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 Rata, tata, tata, tata Rata, tata, tata Tar discussing Musik 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 Dann kommt dieser Frau mit diesem C-Dur. Der kommt nur zweimal. Der kommt nur zweimal, ne? Und zwar vor dem Solo. Ja, ja. Wir brauchen gerade eine Pause. Fangen wir mal akut. Das ist irre, dieser Effekt, ne? Ja, das geht perfekt. Viel viel besser, weißt du. Da braucht man hier auch nicht ziehen, weil hier sind ja eigentlich auch die Dinger dafür, ne? Brauchst du nicht, aber wenn du willst... Und den hier, den braucht man dann nicht machen, ne? Nein, nein. Wegen das habe ich... Ah ja, okay. Der hat den Effekt hier auch eingebaut, ne? Ja. Da kann man auch aus. Das ist, wenn ich den jetzt... Also der hat ja das... Der simuliert das? Der hier oben, ne? Genau, mit dem, ja. Und das ist analog, aber es ist analog. Analog ist für... Ja, Wahnsinn. Brauche ich hier nicht mehr wischen, alles klar. Nicht wegen das. Sonst wegen die... Das ist ganz anderer Sound von da, wo man läuft. Und ganz anderer Sound von Simulator. Ja, von Simulator kommt die... Kommt die nur gerade. Nur gerade. Aber von dem kommt die... Läuft im ganzen Raum. Ja, ja. Also das ist der An- und Aus-Knopf. Und der macht hier sozusagen Vollgas dann. Der macht diesen... Guck mal jetzt. Die Erste. Der hier. Guck mal jetzt. Guckst du da hinten. Der läuft... Er läuft schneller. Jetzt machst du Linkste aus. Ganz aus. Ganz aus. Genau, genau. Alles klar. Das bedeutet, du hast drei Möglichkeiten. Ja. Aus, nur aus. Nur trocken. Und dann ein bisschen... Läuft. Dann kann man auch ein bisschen stellen. Weißt du? E. Mh. Mh. Ich denke schon kann man ein bisschen... Kann man hier ein bisschen stellen. In die Schnelligkeit. Ja. Okay. So was ist... Okay. Mh. 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 Das spielt ja in C, oder? Nee, nee, nee. Mh. 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 Ja, ja, ja. Habe ich vergessen? Haben wir Blackmagic Woman? Ja. 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 Ich habe ja auch hier. Ja. 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 Ja, genau. Weißt du, immer kannst du begangen, die ich habe. Ja, klick mal jetzt. Sorry. Wo ist das? Was hast du zu tun? Jetzt, warte mal. Ja, aha. Okay, ja. Soll ich jetzt was fragen wieder mal? Ja, meine Damen und Herren, einsteigen, zusteigen. Die nächste Phase, deine Rückwärtsfahrt. Da sind viele Höhen jetzt. Eins, zwei. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, das darf ich hier nicht weggehen. Das sind so eine Rückrupplung. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir, ach, ist ja egal, lass doch an. Nee, war so und so vielleicht nicht. Das ist gut. Oh, er ist wieder frei. Ja. Nee, das ist, glaube ich, weil ich jetzt auch davor stehe. Kann sein. Ja. Da ist ein funk. Was du sagst, Gäste, du bleibst auf deinem Mastergang. Aha, der sehr lauter, ja. Ja, so, ja, viel besser. Geht schon. Ja, so, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, oder so, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Machen wir, dass Still got the blues, oder? Ja. Und dann bloß, ey, weißt du, wenn ich mache, so. Okay, ja. Das habe ich schon gemacht. Das musst du dem heute aneignen. Und dann habe ich gesagt, warum er macht? Nee, er macht so, wegen der Stoffzüge. Wegen der anderen Musiker, das ist die zu wissen, wann er macht. Nee, nicht, wenn ich mache, so. Und dann ist es zu spät, guckst du, aha, wie, wann. Denke ich schon. Das ist eigentlich ein A-Moll. Nee, das ist E-Moll. E-Moll ist aber das erste von A-Moll, machen wir. Moment, mit welchem geht es los? Mit D-Moll, oder? E-Moll. Das ist von E-Moll-Lied. Aber das geht erstes Mal direkt in A-Moll. Also musst du einfach nur, gerne, da geht's ja los. Genau, das ist A-Moll. Alles. Okay. So, du gehst, ne? Okay. Du kannst hier, jetzt sag ich dir so, es geht mit, 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 hier. Achso, das ist ja mit Streichern, stimmt. Was stellst du da ein, dass ich das... Wenn du guckst, die hier, warte mal, hier, wenn du guckst, die, die zweite von hinten, hier, die zweite von hinten ist. Mach ich die, mach ich die. Ja, das sieht ja, das sieht ja... Warte mal. Das musst du mir auch noch mal zeigen, das ist ja peinlich, wenn du mir über die... Aber magst du, magst du, mit, mit, mit hinten, da nicht hier ist... Hier? Ja? Naja, unten. Ja. Probieren wir noch? Das war's für heute. In my heart away But I found out a heart away Ich mach die Akkord nochmal, Lukas. Amo, Amo D? Ja, Lukas. Amo D? 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 Ja, ja, ja. Für mein Gefühl, du darfst ein bisschen schneller sprechen. Oh, okay. Sag sie Jörg mal, ist egal. Ha, 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 ha. Geh? Ja? 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Einmal und Schloss. Ja. Bacchi. Ich war Barbie, die nicht erschossen. Jetzt sag ich dir ja. Weißt du, das geht mit Akkorde schreiben, wenn du lernst hier, du hast hier, aber hier hast du gewechselt und jetzt machst du Fehler. Ja, ja, das Problem ist, ich kann bloß nicht 50 Stücke auf einmal im Kopf, deswegen muss ich das erstmal machen. Kannst du, du musst versuchen. Ja, ja. Okay, machen wir. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Used to be so easy To keep my heart away Right far out of the pathway Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik You see, I got the blue room for you. You see, I got the blue room for you.